Echt ein toller Albert. Na, Albert, kommst du da weg? Kommst du da weg? Weißt du? Albert und die Relativitätstheorie, ja. So. Ähm, puh. Jetzt möchte ich mal gucken. Hm? Guck mal, Albert, hab deine Freunde hier gebraten. Albert, hab deine Freunde gebraten. Hm? So. Hat mir jetzt, glaube ich, nicht so ganz gefallen. So, jetzt hab ich wieder den Fahnen verloren. Natürlich, ich wollte jetzt hier Fackeln ausstellen. So. Hm? Hm? Weißt du was? Wenn ich das schon gleich so machen, dann... ...wird wahrscheinlich cool aussehen. So. Und den letzten, wenn wir ja hierhin hauen. Haben wir einen neuen Zugang zu einer neuen Insel hier. Und einen Zugang zu unserem Haus. Und fertig ist die Albert... Nee, die Martin Luther King Brücke. Guck mal, der Zombie guckt da auch schon so. Zombie, das ist eine Gedenkstätte hier. Zombie. Herr Zombie. Hm? Hast einen YouTube-Kanal, richtig? Ja, ist ja gut. So. One Hit, ne? Muss man schon mal sagen, hier. Hier möchte ich vielleicht einen Baum stehen haben. Ich hör Albert. So, wir machen uns aber jetzt keine Sorgen um Albert. Ich mach mir wieder viel zu viele Gedanken um ihn. Das ist noch so ein kleines Huhn, wo seine Mutter sich ihn verlassen hat. Und deshalb, ne? Ist das jetzt so ein bisschen, ja, traurig um Albert. Deshalb kümmere ich mich jetzt um Albert hier. So, das Schwert kommt da wieder rein. Der Rest kommt woanders rein. So, wir könnten jetzt aber mal den Zeppling nehmen. Das Knochenmehl. Ja, hast mich lieb, ne? So, wir können den Zeppling einfach mal schnell wachsen lassen. Das ist ein Baum sollte, aber auch so ein bisschen am Wasser. Und fertig. Fertig. Sehr schöne Baum. Mal eben die Beschleunigung, also beschleunigt, den Wachsverlauf beschleunigt. Oh, mal schön, ne? Ja, ja. So. Das ist so ein bisschen beschädigt. Wir könnten jetzt mal runter in die Höhle gehen und ein paar Monsters necken. Ah, ja. Ich würde mir gerne dafür noch Fackeln mitnehmen, aber wir haben ja jetzt hier nichts. Komm, weißt du was? Dann gehen wir auf eigene Gefahr runter. Wir haben ja nur Experience und eine Rüstung zu verlieren, wir nicht. Was sollen wir denn schon verlieren? Willkommen in der Hölle. Hier haben wir ja schon glatt fast alles ausgeleuchtet. Ich möchte nur noch tiefer rein. Hier ist nix. Null. Hier waren wir auch schon. Wo waren wir denn noch nicht? Das Besondere sollte es hier auch nicht geben. Also Eisen haben wir eigentlich. Wir hätten eigentlich eine Spitzhacke essen mitnehmen sollen und fackeln. Weißt du was? So viel Zeit muss sein. Gehen wir nochmal hoch. Ist ja direkt unter unserem Haus. Von daher kann ich nicht schief gehen. So. So. Da wären wir. Aus dem schönen Keller wieder raus Jetzt nehmen wir uns einmal hier mal Spitzhacke mit hier Ein paar Schwerte haben wir eigentlich Brauchen wir nicht noch eins Essen möchte ich mir mitnehmen Und was vielleicht sogar ganz wichtig wäre Mal ein bisschen Holz Falls man da überleben muss Falls wir da gefangen sind Ja, Albert, willst du rausgehen? Ja, du darfst, du hast die Erlaubnis Kannst rausgehen Hau ab So was brauchen wir noch? Fackeln Natürlich jetzt Das Holz können wir ja jetzt von mir aus verbraten Für Fackeln Dann warten wir noch mal Haben wir jetzt Ich brauche noch mindestens ein Tut mir leid Aber mindestens ein Für Holz Albert, lauf nicht so weit weg Dann müssen wir mal die ganze Gegend hier erkunden Wir haben bis jetzt noch nicht sehr viel erkundet Wir sind erst jetzt hier gelandet Ach ja So, so viel sollte reichen Habe ich jetzt nicht Lust noch mehr mitzunehmen Wie gesagt Drei, fünf Holz Der Rest des Holzes Nein, jetzt soll ich essen Es wird auch jetzt langsam Nacht Deshalb Würde ich sagen Geht es runter Ach warte mal Eine Eisenspitzsacke sollten wir wirklich noch mitnehmen Tut mir leid Aber es ist sicherer Viel sichere eine Eisenspitzsacke mitzunehmen Dann haben wir keine Red Ach, macht ja nichts Kraften wir uns mal Könnt natürlich auch die hier Ja, komm Bin ich jetzt ein bisschen faul Bin ich die Geh mal mit einem etwas kostbaren Zeug runter hier Diamant haben Diamanten haben wir eh genug Von daher Egal Wes Wie könnt ihr denn Die müssen hier aus der Lücke kommen Hey Du Schön, dass ihr mich getroffen habt Kein einziges Mal Ach doch Einmal Im Rücken Und Ich hab nen Bogen Da Jetzt haben wir einen schönen Bogen Ja Ich hab mir viel abzubauen Oh, wie viel Eisen Kohle Warte mal Was können wir hiermit auch abbauen So Kohle brauchen wir jetzt auch erstmal ab Hier Die Kohle snacken wir hier auch weg Jetzt mal ein bisschen farm gehen Muss ja auch sein Muss ja auch sein Ja Wegen Thema Und so wollte ich ja auch mal vor Etlichen Folgen ansprechen Ne Hm Das ist mir jetzt auch wieder nichts Ja Das ist so leicht Kommt man vom Thema ab So leicht Das Let's Plane Sogar ein bisschen schöner hier Als War nur dumm rumzureden So Hier kommen wir Also gehen wir jetzt mal Die Schlucht da Die find ich sehr interessant Und das Eisen Ich nehm alles Eisen mit Was wir kriegen Also wir nehmen jetzt heute mal Viel mit Wir werden reichlich Mit reichlich Sachen hochkommen Das Rätsel Erz leuchtet so schön Gut hier geht's jetzt nicht weiter Die Rätsel müssen wir uns jetzt hier lang bauen Boah Was für Was für ne Schlucht Da ist ein Höhleneingang Ich weiß Dass wir die Schlucht da ganz zurück müssen Hans Sind wir auch schon fast wieder da Alter Das mit den Diamanten Ich entschuldige mich Zutiefst Wegen den Diamanten Was kann ich dafür Wenn der Zufallsgenerator So was einstellt Ne Einfach mal das Eisen hier mit Also das mit den Diamanten Ist echt scheiße Wenn wir hoffentlich noch eine andere Welt haben Huch Beim Let's Play Together Was ich ja auch mal anfangen möchte Mit dem Keiner Game for Two Da wird's dann Da werden wir noch eine neue Welt nehmen Die Welt hier wird zwar leider bleiben Oder auch nicht Keine Ahnung Aber Das mit den Diamanten Das ist viel zu viel Gerichtsvollzieher Was macht denn ein Gerichtsvollzieher hier Oh Das sieht aber hier schön aus Okay Dankeschön Dankeschön Oh Viel viel Experience Hey Du Zeuge Jehova Bist du auch Zeuge Jehova Ja Möchtest mich wieder an den Wachtturm erinnern Ne Richtig Was ist das Denke ich mir da gerade eigentlich aus Gold nehme ich auch gerne mit Aber nur aus Prinzip Oh Wie groß Also wir kamen jetzt Hier raus Das habe ich hier einfach mal eine Lampe hin Wir haben nicht so viele Deshalb müssen wir sparen Okay Da kommen wir gleich zu So Kohle Wieder ausbauen Ja Kohle 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 ja eine menge kohle 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 also also kohle technisch da ist da ist da ist die karte ja sehr reich von diamant technisch auch da und muss ich jetzt nicht weiterhin aber man sieht wir haben jetzt wieder hunger vor wir absterben hier hole ich hier noch mal das hier ab soll die hohe war du scheiße da gehe ich jetzt aber nicht hören viel zu groß hier habe ich doch was gesehen oder ja hey guck mal lava und kommt immer hoch so spaß da hinten ist noch einer ich eigentlich gerade gesehen aber auch egal wir kommen von hier ach ja genau danke komponieren ich komme jetzt den anderen weg fliehen muss alle gestorben leider die flieger maus ist leider gestorben gleich drei schnauze schnauze auf die obsidian ist hier noch jemand da ist dann noch jemand da will noch jemand das ist noch jemand wahrscheinlich wo zwei respekt aber wo kommen die alle her ist hier in sporn wahrscheinlich keine ahnung ich muss gucken ob da unter lava ist kann ja sein dass nur die oberste schicht hier festgefroren ist oh da ist lava shit 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 gucken ob trotzdem ob wir da noch was mitbekommen ach gott das das geht nicht schaffe ich nicht egal beim nächsten mal jup und tot einfach mal übergemetzelt oh du auch noch ja genau du auch eu gu f guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020